So, Folge 100. Ich weiß nicht, ob jemals ein Lifeless Play bei mir die 100 Folgen geknackt hat. Wobei doch, Dark Souls 2. Doch, Dark Souls 2. Stimmt. King Wars 2 war 90, irgendwas. Egal, es war mir was ganz Tolles für Folge 100 überlegt, nämlich, dass wir Persona 5 heute spielen. Nein, keine Ahnung. Nichts Besonderes, aber ich habe ja gesagt, so ein bisschen länger machen vielleicht, aber das ist ja eigentlich wieder doof mit dem Stream, aber ich dachte mir so, eine Stunde vielleicht oder so kann man ja vielleicht mal bringen. Das ist ja im Endeffekt 10 bis 15 Minuten länger. Ist ja dann auch nicht so das Problem. Erstmal speichern wir. Habe ich ja zum Beispiel bei Tears of the Kingdom oder bei Final Fantasy ja auch gemacht, dass die 100 Folgen ein bisschen länger war. Da war es ja gerne noch mal anderthalb Stunden, aber das kann ich heute leider nicht bringen. Dann gucken wir mal. Äh, achso, ne? Eingang möchte ich gerne. Hm, 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 hm. Ja, ja, Fusionsalarm. Alarm. Ähm. Neko Shurun mit Dekasa, das klingt sinnvoll. Äh, kann man ja, kann man ja easy sehen. Die Frage ist, sollte ich es jetzt während des Alarms machen? Da kann Scheiße passieren, oder? Jaja. Lieber nicht. Okay, aber ich gucke trotzdem mal eben ganz kurz. Neko, Nero, Neko, Neko. Neko, 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 Neko. Neko, 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 Neko. Ach ja, stimmt, das war ja, stimmt, 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 das war ja eine dreifach. Wenn ich jetzt so mache, dann kann ich jetzt auch sehen. Mit Dekasa. Ja, da war wieder ein lustiger Leck, ich liebe alles. Sieht nicht gut aus. Ich muss ansaufeln, 28 Level. Ah, okay. Da eben seit mal schon die Capture-Karten neu, ich liebe alles. Guiut-Dingel. Ja? Achso, gu- Achso, du meinst den Geigen wahrscheinlich, oder? Okay. Sag ich doch, falsch geschrieben. Äh. Wähle Ansu. Opfer. Äh. Steck wie ein Starkes rein. Äh. Orpheus. Nenne Bitch, du sagst mir ja mal alles, was ich tun soll. Äh. Wie ein Picarus stärker. Äh. Äh. Es ist, was es ist. Hm. Hau rein. Ist das die Macht, die du wünschst, zu bekommen? Weiß nicht so ganz genau, was passiert, aber ich vertraue dir. Äh. Äh. Ich weiß nicht, was ich habe. Ich weiß nicht, was ich habe. Ich weiß nicht, was ich habe. Ist ja fein. Dann kann ich jetzt ja einfach mal ein bisschen hier craften. Hauptsache ich verballere nicht Anzu. Oder haben wir noch irgendeine dabei, die wir brauchen? Ach, selbst wenn, dann kaufe ich mir ein neues. Ist ja auch egal eigentlich. Anzu, Sudama und Kodoma. Habe ich die überhaupt? Weiß ich gar nicht. Pukki Orpheus. Na dann, schaust du rein, ne? Wie sieht aus. Hm, 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 hm. Bei Gruppendinger eigentlich auch immer geil sind, ne? Das ist alles immer... Guck, gleich habe ich so wieder gar nichts für meine Kämpfe, aber eigentlich machen sie sowieso gerade nur Makoto und Arne die ganze Arbeit. Und Mokmogana eigentlich auch manchmal, mit Wind. Also eigentlich bin ich gerade mit Joker-E-Fucking-Useless. Naja, ich kann mir die mit mir auch tolle Sachen machen, aber ich denke mir bei den anderen so, ja, let's go. Let's go. Mhm. Darunter brauche ich kein Mensch. Wer will den Lebensentzug? Ja. Wer will Elektro umgehen? Wer will Polympo? Hilfe! So, Hammard. Danke. Ja, ja, ich weiß. Das ist alles scheiße geworden. Sudama. Ja, dann versuchen wir, machen wir es mal nicht. Lamia. Achso. Ja, okay. Ich verstehe das Problem. Okay, da funktioniert so nicht so viel. Hm. Achso, in Haft war das. Ah, das war ich nur so. Ja, nee. war ich nur so. umgehen er ist so bescheuert direkt verlernen facking useless na ja ich hab's dir die trophäe getan das ist gut diese fluch insta kill scheiße ist eigentlich auch ein bisschen dumm na egal wobei jetzt scheider ist das wahrscheinlich eh ne ach scheiße naja dann werden wir mal mehr kettensäge hinterher ne ich bin haridi warum nicht na gut mein personafenster jetzt aus immer noch viel zu voll auf jeden fall spannend spannende hundertste folge wasser trinken kann ich gucken ich weiß nicht so genau wie das hier funktioniert das erhängt gibt ep fähigkeiten und so ich weiß nicht aber ich weiß nicht aber ich weiß nicht ich weiß nicht Das Erhängen gibt EP-Fähigkeiten und Stats ab, ja. Das ergeben wir sich jetzt trotzdem noch an, so, ne? Windblut, keine Ahnung. Wird schon passen, I guess. Hm-hm, das könnte ein bisschen grüßig sein. Hey, zumindest mal 27. Da ist die Kaja, das will ich in meinem Leben. Hm-hm, uh. Du möchtest, in einem Weg zu erzeugen? Welchen Weg willst du? Hm-hm, hm, hm. Aga Habaki. Du bist okay mit dem? Select the skills you'd like to inherit. Wird auch mal Eis haben, ne? Ich freu mich schon, wenn ich gleich aus Versehen Anzu wegballer und es nicht merke. Das wird hervorragend. Hm-hm, 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 hm-hm. Merke ich so in letzter Sekunde, während ich bestätigen drücke und dann so, neiiiin. Hm-hm. Hm-hm. Ich sehe. Eine starke Persona in Dich. Du möchtest, um mehr Kraft, als du zu beantworten kannst? Hö, Moment, was? Schon da ja. Das ist zu mächtig. Ach so. Ich hab' nicht auf Levega. Oh, 41.000. Ich passe. Wie sieht's denn jetzt aus, so, mit der Sammlung? Ist ja immer noch recht viel, oder? Ja, irgendwie schon, ne? Fucking Engel. Den werden nicht mehr los. Äh. Passt schon. Hauptsache, ich sage uns auch 28. Hm. Ja, kurz überlegen, ob ich die 42.000 ausgebe, aber ich glaub' doch nicht. Ich hau' abkommen. Es ist Zeit, Inmate. Folge 100 soll doch auch mal was Spannendes bieten hier. Well then. Hey, wir haben ein Fünftel der... ...der Sticker. Toll, ne? Ich spüre das Ziel in einem Gebiet tiefer im Inneren. Hätte ich mir gedacht. Alles klar. So, die nächste Woche mit King of Mars 2 beginnen. Ich halte ihn nicht ab. Kannst du bei mir mit King of Mars 2... Nein. Nein. Lass mal Recom... Oh Gott, ey. Mann, wenn du wirklich bist, muss ich ja Recom spielen. Ach. Ich spüre das Ziel irgendwo in diesem Bereich. Ah. Lassen Sie sie eben aus. Ab. Aussuchen. Absuchen. Durchsuchen. Wegsuchen. Von und zu hin. Suchen. Jo. Hm. 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 Für die Starken herausfordern? Hier so Lappen die nichts aushalten. Ich glaube, er hat zugeguckt. Ich glaube, er hat zugeguckt. Ich glaube, er hat zugeguckt. Lalalala. Ach, Psyon. Okay. Bam, bam, bam. Boom. Hab ich auch irgendwo einen für alle? Mapsi. Fuck off. Ähm. Äh. Ich habe gerade den kompletten Brain Lag. Ach so. Äh, okay. Ne. Ist, ist egal. Ist, ist egal. Jetzt vielleicht nochmal nutzen sollen. Das wäre kluger gewesen, wenn ich darüber nachdenke. Ja, ja. Aua. Das ist gar nicht mal so gut, dass der auf dem Ground ist. Irgendwie ein Cricket. Boom. Ich will nicht überreden, was in diesem Kampf gerade passiert ist. Äh. Ist nie passiert. Okay. Boom. Dann kommen wir direkt gegen beide kämpfen. Nukula und ihr wart Wind und du wirst anfällig. Das heißt, ich voller dich erstmal weg dir. Wie wärs. Boom. Oh! 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 Haveía Vad ordered! Dann noch는데zu! Oh! 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 Oh. Oh! 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 Oh. Oh. Oh! Huh! Oh! Oh. so immer ein bisschen geld wie wärs ich hab eh nicht aufgepasst ist gut so wie lange habe ich da noch ab bei frisens fern der erste ebene ja okay ich kann das hier schon spüren so reingehen weil es geht ja nicht in sind los glaube ich das ist also nicht immer schatten er sieht so erbärmlich aus erzieht in einem videospiel oder er ist ein tweeter ein erwachsener sollte sich echt was schämen zu ziehen los eben kurz ja ich meine eigentlich nicht so viel aber was soll es ne hey 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 es ist sinnlos in der welt von gand about gibt es niemanden der mich besiegen kann tieten keine ahnung wovon ihr redet die gewinner bestimmen was so wichtig ist was richtig ist was erlaubt ist was gerechtigkeit ist es gibt keinen größeren gewinner als mich ich bin der gott der welt von gand about cool ich bin der gott der welt von gand about ich bin unbesiegbar niemand kann mich hier schlagen egal wie viele wie viele mich angreifen niemand kann mich hier verbunden wissen hinweis hier ist erledigen wir ihn vielleicht auch klar da gibt es den konter gedrückt was könnte entgegen so einen stark sein dann versuchen wir mal das ja naja ich dachte eigentlich vielleicht klappt es trotzdem all right haben wir das eben schon dann nur schon okay hmm 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 nee geh da erst daneben du ne ich bin echt tot hmm 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 I don't get it. Achso, warte mal. Gibt es nicht auch sowas, was sowas dann in Durchrichtung irgendwie hilft vielleicht? Hm, vielleicht das? Das würde nicht funktionieren, glaube ich. Ich bin Tipps nicht abgeneigt. Er blockt ja alles, das bringt ja eh nichts hier. Das ist nicht richtig. Durchhalten. Mhm. Ballern ist dumm. Er schiebt ja gerade, ne? Also, hm. Hm. Okay. Okay. Hm. 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 Warte, warte, warte. Ganz genau. Also müssen wir eine Möglichkeit finden, seinen Betrug zu durchbrechen. Okay, aber lass uns das woanders tun. Äh, falsche Stimme. Hier ist es nicht direkt sicher. Ja. Wir sollten lieber dort reden, wo keine Schatten sind. Wow. Das können wir als Hausaufgabe tun. Lass uns darüber nachdenken, wenn wir in der Realität sind. Okay. Ich hoffe, ihr habt dadurch nicht zu viel Arbeit. Ja. Ja, wir müssen es tun. Ja, wir müssen es tun. Gut, gehen wir. Nein, ich geh wieder rein. Gut dann. Dabei, später. Peder. Und der Kibara wartet. Jetzt ein neuer Vertrauter. Mhm. Ja, ja. 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 Ich bin so ... Ja, ich weiß. Wir ignorieren jetzt auch. Ist fein. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Ich habe es nicht so weit, ich habe es nicht so weit, ich habe es nicht so weit. Und... dead. Getch? Geil, 2000. Ich nehm, es war vor jetzt. Äh, nicht wie dumm. Na, egal. Alter. Ja, ist ja gut. Seht ihr dauernd, ey. Ist ja gar nichts Besonderes mehr. Hört überhaupt aus. Hm. Sehr linear. Ja. 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 alle wo es passieren da ja ihre brille ist kaputt gehören level up du brauchst wind in dein gesicht gebe ich dir ja der nutzstippe ist auch immer daran abgeschlossen ihr macht euch einen 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 en einen en ich darum dass alle stempel haben so ein scheiß ich weiß nicht was von diesem stempel prinzip halten soll so wenn man das jetzt ja nur der alles angeguckt alle gesehen alles erlebt na dann wollte das recht leere das ist der sechste bereich auf dieser ebene aber bezogen auf den gesamten palast der 33 33 bereiche für mich langsam etwas entmutigt wie groß ist dieser ort denn wer weiß dieser ganze ort seine gesamte struktur das liegt alles im verborgenen naja heute durch oder so danke oder so ich versuche es jeden tag aufs neue fähm kleiner als der tat aus kann ich sagen kann nicht beurteilen aber ja irgendwann vielleicht meine so kleine feuer war es ja vielleicht reizt nicht ich mach mal leichter freuerschaden reicht bestimmt mama 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 darauf schon wieder jemand im innenhof ich riech's welch ein gutes team so ich war genau die schwächen die ich brauche gefällt mir so ich kann karten nicht lesen sehe ich gerade wo man es wagen ich wachs oh mein gott oh na wobei verwirrt das bleibt auch nicht verkehrt natürlich habe ich das was Modell aufkloppen und jetzt Du bist ja aus dem Gefängnis ausgebrochen. Psychotechnisch, ach ja, das war ja diese ganze Technisch-Scheiße, na dann. Äh, das schon ein bisschen... Naja, jetzt kann ich ja leider nicht machen, oder? Von einem Zustand zum nächsten, ne, schade. Warum macht das so wenig? Das ist ja lächerlich, ehrlich. Ja, Psyu habe ich jetzt eh nicht. Jetzt wird es gegen Psycho leider, okay. Okay. Jetzt kann ich noch ein bisschen passieren. Danke. Fubata. Ah, okay, dann mache ich doch jetzt mal das ja. Oder das. Oder das. Ich werde es bereuen wahrscheinlich. Oh yeah, sehr schön. Ich habe das ganze Lied einmal durchgehört, glaube ich. Oh man, oh man, oh man, ey. Oh man, oh man, oh man, ey. Das letzte Mal ging es mal nur daneben, glaube ich, oder sowas. Oh man, geht das? Ich habe eigentlich Summa Wind, glaube ich, technisch benutzt mit Magana. Da war es irgendwie auch scheiße. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, das finde ich gut. Okay. War ein bisschen gewagt, aber egal. ready wie ihr M**** Oh my God. Let's go. There! There's the platform. Mmm. balls. Hm, mal bei oben. Paypal. Ich finde Paypal recht entspannt und einfach, ja. Was gut und schlecht daran ist, also was schlecht daran ist, keine Ahnung. Bisschen irgendwo Chantan. Ich meine, Eden Musk steckt da so ein bisschen hinter. Tut das überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Aber kennst du das? Persönlich. In Team. Ich hab mit Paypal geschlafen. Ich hab mit Geld. Alle wollen mir kein Geld geben. Level up. Ich will dich feier jetzt für nichts hin. Bin ich auch ein Stempel. Ich glaube, ich krieg keinen Stempel hier. Deine Schuld. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Ja, ne, du bist hier. Wenn ich jetzt auf alle mache, weck ich die anderen quasi wieder auf, glaube ich. Aber vielleicht auch nicht. Gebt Geld, ihr Bitches. Da, aber ich helfe. Gebt Geld, ihr Bitches. Die Mann merken, dass es die Sonnensfolge schon 42 Minuten geht. Ja, lieb's gemacht. Liebe Mementos. Ja, sicher ist schon fein, aber ist echt ein bisschen zu lang. Generell das Problem. Jetzt, wo Tobi nicht da ist, darf ich kurz belästern. Was für ein Scheißspiel. Nein, äh. Tolles Spiel. Aber manchmal ein bisschen zu lang gezogen, alles, finde ich. Äh. Äh. Warum seid ihr alle wieder da? Ich ignoriere euch jetzt. Vielleicht würde ich auch einfach nur umrammen, aber ihr habt trotzdem keinen Bock. Hm, 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 hm. Ich sehe es schon. Ja, ich sehe es schon. Ja, ich sehe es schon. Büro? Nicht verkehrt. Hm, 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 hm. Dabby 34. Warum man das bedeuten mag, weil sie kann ja eh nicht campen. Dabby 38 lernt sowas. Es sah gerade so aus, ne, als wenn ich so alleine gerade kämpfe mit Mona. So, wo, wo sind die anderen? Wo sind sie? Hm. Gut. Das ist schade. Wir sterben werde kollektiv einmal. Du Psyjo, Psyjo, du Psyjo. Peng, peng. Und wie ich dachte. Hm, 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 hieße Odemonach. Danke. Pam, 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 fam. Hey, jetzt machen wir das Lied. Ja, ja, nicht Nucular, das billige Nucular. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ich muss noch was schreien. Naja, zwei Bonus-Stempel auf einer Ebene wird es vorher nicht geben, sage ich jetzt einfach mal. Waaah! Okay. Etet! Glückwunsch! Anderer Ryuji. Dein Name vergessen, tut mir leid. War ein Scherz, ne? Jusuke. Jusuke. Oh, Ausruhen. Ah, es gibt mehrere Ausruhen-Ebenen diesmal. Hey, jetzt ist ein Warteraum. Hier gibt es zwei davon. Nice rum, ich bin froh, dass wir mal verschnaufen können. Nutzen wir die Gelegenheit. Ja, dann wird jetzt erstmal schön hier gewelvetet, würde ich sagen. Bim-Badim-Badim. Äh, Moment, äh. Ach so, äh. Entschuldigung, bin dumm. War dumm, ich jetzt bin wieder klug. Geil, jetzt kann man das herstellen. Ach ja, ist ja rot. muss pinkeln übrigens auch was für uns für die 100 folge ich gehe einfach mal pinkeln zwischendrin und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Blablabla... ...finished for now... ...done already! What? Do you need something? No. It would seem... Keine schwierigen Fragen, Christine. Gib ihm einfach seine Aufgabe. Verstanden. Hä? Was ist denn mit dir los? So kooperativ bist du normalerweise nie. Ich habe nicht vor, meine Pflicht zu vernachlässigen, aber ich will die Wahrheit wissen. Immerhin besitzen wir eine rätselhafte Liste, die diese Entwicklung wohl prophezeit hat. Wer hat sie geschrieben? Woher kenne ich die Schrift? Woher das Gefühl wachsen zu beachten? Und darüber hinaus, welchen Zweck hat der Autor der Liste wirklich verfolgt? Hatte ich nicht gesagt, keine schwierigen Fragen? Aber ehrlich gesagt, habe ich eine Theorie entwickelt. Was? Du kennst die Antwort? Wir verwalten die Kraft des Häftlings über Arcana, die für die mystische Natur dieser Welt stehen. In Wight wird unsere Begegnung mit ihm durch das Arcana der Stärke wiedergespiegelt. Stärke steht für große Macht, einen mächtigen Willen und die Erweckung des Unbekannten. Ja, es kommt in etwa hin. Caroline, Caroline, keine Ahnung. Wurde durch unsere Interaktion mit dem Häftling nur in ihm etwas erweckt? Vielleicht liegt da die Antwort. Was soll das heißen? Ah, verdammt, warum fühle ich mich so komisch? Seid ihr dann fertig? Halt die Klappe, Häftling! Siehst du nicht, dass wir gerade beschäftigt sind? Wobei, die nächste Aufgabe ist die achte. So viele sind auf der Liste nicht mehr übrig. Du hast es schon bis hierher geschafft, Häftling. Ich hoffe, du ziehst es bis zum Ende durch. Wenn du das tust, dann wird die Antwort sich gewiss zeigen. Und, äh, du bist für uns inzwischen mehr als irgendein ex-beliebiger Blödmann. Du bist der Einzige, der die Antwort finden kann, die wir suchen. Verstanden, Häftling? Klar. Cool. Okay, weiter. Du musst uns nur noch eine Person erbringen, bevor du die nächste Belohnung kriegst. Nächste Aufgabe. Beherberge eine Hekatonchairin mit dem Scale Masukunda in dir. Okay. Hast du das dann? Nein, hab ich nicht. Gut. Ich fusioniere noch mal ein bisschen rum, ne? Zeit für ein paar Reaktionen. Du möchtest, eine Exekustion zu machen. Lass uns die Suche beginnen. Kann man die schon sehen hier? Hast du irgendwas? Also wenn ich die... Ah, okay. Alter, Mothman! Klingt ja geil. Nicht schrecklich. Aber nicht, die Skills, die du möchtest, um zu erheben. Das ist alles irgendwie dämlich. Nach mir das. Nach mir das. Das ist alles. Dann lasst uns beginnen. Lillam, die lernt nämlich mit 34 den Move. Mit 34. 34 Jahren. Mothman, einfach. Weht. Das mal wieder ausprobieren hier. Die Wertwahl ist auch euer exklusiv. Okay. Also dieser, dieser Bonus da, die ich am Anfang immer aussuche, die drei. Oder wirklich auch die Skills an sich. Ja. Gut. Ich hab grad B gedrückt. Das ist aber immer noch da, oder? Ach, Mann, ey. Okay, das brauche ich ja manchmal, ne? Warum nicht? Das wachstum eigentlich. Ach so. Ich geh jetzt mal so ein bisschen danach, was ich hier brauche. Das brauche ich zwar jetzt nicht unbedingt, aber... Ich geh jetzt mal so ein bisschen, ne? Es wird eine Fraction of Top. Dann lasst uns beginnen. Hm, 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 hm. Okay, weißer Reiter geht noch. Ja, das ist doch vielleicht sogar mal ganz nett, tatsächlich. Hm, 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 hm. Eieieiei. Jetzt hab ich hier eine wilde Auswahl hier. Ich weiß nicht, was ich? Eiger ist mittelstark, maja schwach. Schadung. Tja, ne? Als hätte ich es gewusst. Nein! Oh Gott. Ich bin im Persona OG. Gerade mit Madara mit euch. Schon längst wirst wie weiter. Will zurück. So, dann war es jetzt. New Game Plus. Das ist wirklich viel gezockt, die letzte Zeit, oder? Wuhu, voll wundert. Ja. Voll wundert. Es ist möglich. Oh Gott, ey. Ja, 108 Minuten war die Folge lang. Genau, eine Stunde achtmal natürlich. Dann haben wir sonst kein Leben. Aber bald. Ja, voriges Gebiet als Heizfresse. Ach, die haben wir noch gar nicht mitgenommen hier, ne? Lul. Na dann, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Speicheln. Das gibt's noch in der hundertsten Folge. Das habt ihr verdient. Pieter Neunter. Auch heute werden wir den echten Tag nicht einholen. Naja. Ciao. 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 Ciao.